Guten Morgen aus Kanchanaburi! Wir sind jetzt mit dem Nachbus angekommen. Tatsächlich sogar zwei Stunden Frühjahr geplant, was für uns ganz praktisch ist. Wir sind jetzt mit einem Taxifahrer, der keine Ahnung hatte wohin angekommen, sind jetzt das letzte Stück gelaufen, haben ihm auch kein Geld gegeben, hat ihn noch nicht interessiert, also war ein bisschen komisch. Ja und jetzt sind wir an unserem Hostel, gucken mal ob da schon jemand wach ist und dann geht es nämlich heute um 9 Uhr weiter, aber das seht ihr dann im Video. Bis dann! Elefanten sind ja so ein bisschen wie das inoffizielle Wappentier von Thailand und deswegen gucken wir uns heute mal ein Altenheim für Elefanten an. Es ist super schwierig Elefanten zu finden, die nicht gequält werden, auf denen man reitet oder ähnliches. Und hier ist es wirklich so, dass im Grunde genommen die Elefanten gepflegt werden, bis sie dann einfach alt sind, kommen oft aus irgendwelchen schlimmen Zuständen. Ja und deswegen haben wir uns das hier rausgesucht und hoffen auch, dass wir das jetzt richtig gemacht haben. Und dann gehen wir uns das hier rausgesucht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.